So Leute, ich habe gerade was Neues herausgefunden. Vielleicht hat der ein oder andere es schon ausprobiert, aber ihr habt ja gemerkt, ich habe für euch die ganzen Aufgaben hochgeladen, die ganzen Battle Pass Geschichte. Aber wer hat von euch diese Waffe schon mal gehabt? Beziehungsweise überhaupt im Spiel gesehen? Ihr seht, ich habe es mir selber erspielt. Wir gucken uns erstmal den lustigen Kill an, den ich noch gemacht habe. Dann verrate ich euch, wie ihr den Kamerastrahler kriegen könnt. Warte mal, hier war das. Hier wurde nämlich anscheinend ein Bot oder Gegner. Einfach hochgezogen. Ich habe ihn einfach aus der Luft weggeholt. Der arme Kerl. So, dann gucken wir uns mal gerade an, wie ich den Kamerastrahler bekommen habe. Warte mal, wo war die Stelle? Da bin ich hier rüber. Nämlich, ihr seht es gerade, ich habe einfach versucht, was passiert, wenn man so ein Raumschiff runterschießt. Warte mal, wir sind gleich soweit. Ja, da hat er mich natürlich wieder voll getroffen. Zack. Einmal müsste ich ihn, glaube ich, noch treffen. Und, ja, jetzt ist er zerstört. Nur noch einen Schaden gemacht. Dann ist er nämlich da abgestürzt. Wir spulen mal gerade ein bisschen weiter vor. Ich habe mir einfach gedacht, komm, geh mal gucken. Kann man da noch was machen? Und dann habe ich schon gesehen, ah, da ist ein Ausrufezeichen. Seht ihr das Ausrufezeichen? Und habe mir gedacht, hm, was mache ich denn jetzt? Was ist das denn für ein Gegner? So, warte mal, zack. Dann machen wir mal gerade ein normales Tempo. Nämlich, da spawnt ein... Also, was heißt spawnt? Die Raumschiffe sind immer besetzt. Und zwar genau von diesen Typen. Und die haben den Kamerastrahler. Zack, warte. Ja, jetzt war ich ein schnelles Stück. Zu schnell. Zack. Aber wir haben es ja eigentlich eben schon gesehen. Zack. Zack. Und genau... Ja, ich bin zu schnell beim Aufsammeln. Ich habe dann direkt ausprobiert, wie schießt der? Aber ich habe schon gemerkt, scheiße, Zone kommt. Ich war so aufgeregt irgendwie. Ihr seht schon auf der Map, das Raumschiff fliegt ja immer noch rum. Ich wollte da mal ein bisschen auf das draufschießen. Aber dann war direkt, oh, dicker Hit. Ich glaube, ich gehe mal lieber in die Zone. Dann wollte ich mit dem Auto fahren. Autofahren ging nicht. Keine Ahnung warum. Aber auf jeden Fall, so bekommt ihr den Kamerastrahler. Also, das ist nicht ganz so leicht. Ich war eigentlich auf der Suche nach was anderem. Aber dazu kommt gleich noch was von mir. Und in dem Sinne, Töhr holt die Raumschiffe vom Himmel, tötet den NPC und so bekommt sie den Kamerastrahler. Ist eine nice Waffe. Ich konnte sie jetzt nicht richtig ausprobieren, weil ich danach gestorben bin. Ihr seht es ja. Das Raumschiff hat mich dann getötet, weil Zone da und hast du nicht gesehen. Aber ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen trotzdem weiterhelfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo aushauen. Und in dem Sinne, haut rein. Sarge zu sein. Sonew ich mitnehmen.